Ich bin Janine, ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in München und arbeite dort als Projektassistenz. Eins, zwei, drei. Immer wieder was für ein geiler Song. Do you wish a sorrow? Ja. Every day is so wonderful and timely. It's hard to breathe. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Pidipidipi. Ich will ganz so gern jetzt raus und da selber spielen. Words can't bring me down. Würdest du das Lied für mich singen? You are beautiful in every single way. Ja. Und ich würde es fühlen. You are your friends, you're delirious. Seit vielen Jahren begleite ich jetzt schon mein Herzensprojekt Gemeinsam für das Leben. Das ist ein soziales Musikprojekt für krebskranke Kinder. Da durfte ich die Musik noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Musik vermittelt den Sinn von etwas noch mal ganz anders, als es jetzt Worte oder irgendwie einen Text tun würde. Musik verbindet. Musik bringt Menschen zusammen. Und Musik kann unglaublich schöne Momente schaffen. Ich bin überrascht, wie soulig es ist. Und ich sag mal fehlerfrei dargeboten. Musik Schön gesungen. Ja. Schön war's. Vielen Dank, dass du für uns gespielt hast. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Gut gespielt. Keine Fehler gemacht. Ich bin auch ein bisschen hakeliger als der eine oder andere vorher schon. Aber ihre Stimme an sich ist voll geil. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal. Falls du die Folge verpasst hast und streamen möchtest, dann mach das hier auf RTL Plus. Und für mehr Highlights und Auftritte von The Piano klickst du jetzt hier. Dann holen euch mal eine R Kerken. Also. Aufmerksamkeit.